Er ist ein Kind der Popkultur, sagt er von sich. Jedenfalls ist er ein Solist in seiner Generation. Aber er hat Freude an der Teamarbeit. Einst mit Lukas und Willi Resetaritz in der Musik und später im Tanztheater, das Roman Scheindl mit seinem Tuschpinsel spontan kommentiert und zu einem eigenen Genre für Tanzmalerei Musik, Tamamu, erweitert hat. Aber ich denke nicht weiter darüber nach. Ich mache es eher nach ästhetischen Momenten, dass das ein gewisses Gleichgewicht kriegt. Und braucht es vielleicht auch noch was sonst fertig. Und wenn ich es raufschiebe ein Stückchen, dann muss ich da wieder anschließen. Dann denke ich mir, naja, was mache ich jetzt? Da machen wir halt eine große Figur hin, die sich streckt. Also es ist eigentlich wie im Schlaf. Und das, denke ich, hat schon ursprünglich mit dem Theater zu tun. In seinen Bildern speichert er Reisen und Erlebnisse in Paris, in der Schweiz und nicht zuletzt und vor allem in Asien, für dessen Philosophie und Kultur sich Roman Scheindl begeistert. Ja, die Zeichner sind eigentlich entstanden dadurch, dass ich zum Geburtstag von Hoxei, das ist ein japanischer Holzschneider, Manga-Bücher, das heißt Kitzendücher, Originale, geschenkt bekommen habe. Und das war so, die waren so wunderbar wieder und haben so gewirkt auf mich, dass ich mir gedacht habe, ich will auch sowas, ich will auch Manga sein. Roman Scheindl schöpft aus einem großen Fundus an Motiven. Viele begleiten ihn durch sein Werk. Figuren wie die Sanfte oder der Wanderer, der Wagen oder der Wasserfall, sie ergeben eine ganz persönliche Mythologie. Sie sind ein bewegliches Repertoire, das sich immer neu findet. Und durch diese Zusammenfügung entstehen ganz neue Bilder und die sind dann auch auf die Malerei übergesprungen. Malerei und Zeichnung, Farbgrund und Tusche. Roman Scheidl hält die seltensten Malmittel auf Lager und pflegt diese Farbenvielfalt wie eine Gesellschaft unterschiedlichster Charaktere. In seinem großen Atelier in Wien stehen sie, die gelben, roten und blauen Maltische, Grundfarben, wie sie seit dem Mittelalter verstanden werden. Und mit diesem Wissen um seine Vorgänger in der Kunstgeschichte arbeitet Roman Scheidl. Er erzählt die Welt, ihre Widersprüche und ihre Träume mit einem vertrauten Ensemble von Motiven und Figuren. Er nimmt die Welt als Chronist wahr, liest, beobachtet und notiert in Tagebüchern und verwandelt sie dann in den Themen seiner Bilder. Er macht die Welt als